Heute eine Spezialität für Löwen. Heute zeige ich euch Seven Seals. Wer Seven Seals nicht kennt, die sind bekannt für extremst aromatische Single Malt Whiskys. Wie kriegen sie nun diese Aromenintensität hin? Sie haben ein eigens entwickeltes, intensiviertes Fasslagerungsverfahren. An Blind Tastings schneiden sie regelmäßig mit Höchstnoten ab. Absolut faszinierend. Hier habe ich jetzt den Age of Leo für alle mit dem Sternzeichen Löwe, so wie ich, oder einfach Sherry Fassliebhaber. Es gibt für alle Sternzeichen eine Abfüllung von Seven Seals in der sogenannten Zodiac Line. Doch der hier ist wirklich eine absolute Sherrybombe und ich verwende ihn sehr, sehr gerne in meinem The Spanish Cocktail, den ihr auch schon auf meinem Kanal gesehen habt. Da kommen die wunderschönen Sherrynoten so richtig zum Tragen. Für mehr aus der Welt der Spiritosen und Cocktails besucht High Spirits auf YouTube oder TikTok. Alles Gute und bis bald!